Wer sich am letzten Sommer erinnert, der weiß wohl auch, dass Trockenheit und Hitze jetzt endgültig in Deutschland angekommen sind. Außerdem wird keiner mehr behaupten können, dass der von uns verursachte Klimawandel nicht zu einem Problem geworden ist, auch hier in Köln. Das Ziel Nummer 13 ruft dazu auf, das Klima zu schützen, egal wie. Im Grunde genommen geht es darum, dass weltweit die Temperatur nicht über 1,5 Grad ansteigen darf. Nächste Woche bauen mein Nachbar und ich ein Holzdach für unsere Mülltonnen und bepflanzen die dann mit ganz vielen Blumen. Das sieht nicht nur schön aus, sondern ist natürlich auch gut fürs Klima.